Das von mir aus rechte, also dein linkes Förderband, fördert viel weniger als das andere. Also der ist einfach auf dem linken von dir aus rechten ist einfach mehr drauf. Warum? Du meinst diese Lücken? Ja. Kannst du das gerade nicht sagen. Stimmt, bei dem rechten ist gar keine Lücke und beim linken sind immer Lücken. Ja, warum? Ich weiß es nicht. Er hat sich das zwischendurch noch mal oder das bleibt die ganze Zeit so? Ja, haben wir auch gelernt. Und je weiter entfernt und desto länger der Weg desto effektiver, ne? Sollen wir nochmal mit dem anderen ein paar Runden drehen? Mit was drehen? Mit dem Förderband, wo noch Lücken sind. Sollen wir davon noch ein paar Schleifen und so aufbauen? Achterbahn. So, das Zeug kommt ja jetzt rein. Ich hoffe, ich bin vorne oben. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Okay. So, wir haben echt nichts besseres zu tun. Ne. Du liegst wahrscheinlich bei dir zuhause auch immer im Garten und schaust zu, wie das Gras wechselt. So ungefähr. Jetzt habe ich endlich meine Beschäftigung. Weißt du, was das Schlimme ist? Wenn wir das alles mal fertig produziert haben und im höchsten Tierhagen aufgestiegen sind, was machen wir dann? Und dann warten wir auf Tier 8, was bald kommt. Ja gut. Scheiße. Das ist richtig komplex. Ne, keine Ahnung. Es gibt sicherlich noch viele Ressourcen, die wir so jetzt gerade noch nicht benutzen und noch nicht kennen. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Vor allem die ganzen... Weiß auch noch nicht, was... Was heißt viele Ressourcen? Also die Ressourcen sind letztendlich selb, aber du meinst die einzelnen Materialien, die man daraus fertigen kann. Ja, ja genau. Kunststoff. Ach du Scheiße. Ähm, diese PC-Komponenten. Vor allem die haben noch kein einziges Öl gefunden, ne? Wir waren noch in kein... Also wir waren, ich sag mal so, offiziell noch in gar keine einzigen Hürden drin. Die kommen ja auch noch alle. Ja. Ich sag jetzt extra, inoffiziell, weil ich vor allem wurde OFK erstmal kurz durch ne Hülle gelaufen bin. Ähm, ja. So viel Herz. Habst du zu nicht gemacht. Ah, was hab ich nicht gemacht? Hm, ich weiß grad nicht, wovon du redest. Ich auch nicht. So, mal gucken. Ein paar kann ich noch bauen. Ich hab grad immer ein bisschen Beton geholt, aber... Die Produktion ist halt einfach zu langsam für uns gerade. Ja, doch. Ich hoffe das liegt. Okay. Ich hab zu wenig. Noch mal ein bisschen, das wird aber auch nicht weiter. Du hast gesehen, der Rauch zieht durch den Boden. Ich weiß. Wie viele kannst du noch bauen? Was machen, bevor wir Kupfer anfangen? Ja, komm. Ja, gut, komm. Wir haben ja nichts besseres zu tun, ne? Nein. Eben. Da wollten wir vor 20 Folgen schon anfangen, aber ja. So, Kalkstein. Die ist halt auch nur 300 Meter entfernt so gefühlt und nochmal quer über die Map, aber alles gut. Wir dürfen die ganzen Kiste ja noch einsammeln später, ne? Ich glaub das wird ne Sache, die kann wir offline machen. Oder ne ganze Folge mit Folgen, weil das sind viele Dinge. So, ah! Essen! So, Kalk. Oh! Ich seh da noch was. Ich muss, wenn wir schon mal hier sind, grad nochmal was mitnehmen. Ja. Oh Gott, das gibt keinen. Das gibt keinen. Nein. Egal. Hier unten ist Kalk. Scheiße, hast du. Ah ja, die Werkbank hab ich, ne? Ja. Merkmal. Das war nicht die Werkbank, das war dieses andere Werkbüttel. So. Mobilerminator, ich hab keinen Platz. Jetzt hab ich Platz. So. Ähm. Und das hier wieder abreißen. Äh, hier den. Scheiße. Mir fehlt ein Beton. Hast du ein Beton? Äh. Einen einzelnen sogar. Einen einzigen. Oh, perfekt. Sag mal bitte, dass die Kiste... Ja, sehr schön. Hier. Ein einzigen. Yay. Das ist Glück. Das ist echt Glück. Oh Mann. Das ist doch schön. So. Äh, haben wir hier schon freigebuddelt? Ne, ne? Ist das... Ist das... Ist das hier überhaupt richtig? Sag mal. Sag mal. Siehst du das, wovor ich grad stehe? The fuck? Was ist... Was ist das? Achso, das sind die Blätter, die ich rausgeschmissen hab. Achso. Krass, ich dachte grad so, da steht Blätter, aber das sieht doch nicht so... Hä? Ich glaub ich muss hier noch frei wurde. Na ja. Ich hab mir noch nicht mal frei gewuddelt. Ich bin grad in Wache, das ist eine gute Kräme. Ja. Ja. Schön, dass wir das erwähnt haben. Schön, dass wir das erwähnt haben. Dann, äh... Verbandanlagen. Ich brauch dafür Beton. Scheißdreck. Ach gut. Ähm... Beton hab ich ja leider nicht mehr dabei. Warte, mach. Habe ich noch Kalk? Warte, hier war das, ne? Nein, da. Kalk kann man hier übrigens abbauen, ne? Eisen, 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 Kalk... Okay, warte. Ich hab ne Idee. Was willst du denn? Wofür brauchst du... ...Beton? Für die Förderband-Dinger. Dann... Sollen wir das nicht so machen, oder? Machen wir es eben hier. Nein. So. Beton. Ähm... Du kannst auch noch Beton bauen? Ja... Erst wenn du weg bist, ist das jetzt ja. Ist ja ganz schön, wenn du fertig bist. 15 Beton hab ich gerade. Bisschen Kalkstellen abbauen, ne? Ups. Das war nicht geplant. So, ähm... Kannst du die Blätter eventuell noch wegnehmen? Mhm. Da schweben wir wieder ein paar. Strom dürfen wir dann auch gleich nicht vergessen, ne? Ja klar. Hier unten schon. Kann ich den bauen? Ja, den könnte ich gerade bauen tatsächlich. So. Dann... Hier nochmal eine... Ja. Strom wäre dann schon für später da. Geht das oder ja, ne? Ja. Ja. Also bis hier vorne noch... Ja, danach mal gucken. Ähm, ja. Ähm, ja. Hier müssen wir mal ganz kurz gucken. Hier müssen wir ungefähr... So verlaufen. Ja doch, kannst du machen. So, hier hinten... Ich glaube das wird allerdings zu lang sein, oder? Ist zu lang, ist zu lang, ja. Ja. Ungefähr hier irgendwo. Ja. So. So, jetzt ein Moment. Wo ist das Ding da hinten? Es gibt nicht genügend Freiraum. Ich komme in eigentlich eine Maschine halb rein. Hier? Ja. So, jetzt muss ich mal kurz hier gucken. Nein. Von der anderen Seite geht das? Ja gut, dann kannst du anschließen. Ja. Haben wir schon komplett verbunden, ne? Das wird sich eigentlich schon durchlaufen, oder? Ja, müsste eigentlich schon produzieren irgendwo, weil Strom war ja schon dran. Mal gucken. Hm? 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 Ja, umso mehr produziert der Arbeit auch. Lernt, ne? Tatsache. Ne, hier sind Lücken zwischen. Warum? Keine Ahnung. Habe ich da hinten vielleicht einen besseren Bohr ab? Und das kann eigentlich nicht sein. Hm? Ja, immer noch. Kein Kalezie. Was wohl immer. Kein Kalezie. Das heißt anders. Nächstes Material. Katerium. Das heißt, wir sind jetzt mit der Steinproduktion durch, richtig? Kleidstein, ja. Kleidstein. So, Kupfer. Wie sieht denn unsere aktuelle Kupferproduktion aus? Wir haben... Haben wir einen Splitter? Wie viele Kupferminen haben wir aktuell angeschaut? Zwei. Das... Wir haben direkt immer einmal eine... Wir haben eins, eins, eins. Wir gehen nirgends mit dem Splitter dazwischen. Zwei. Zwei. Zwei Minen. Ähm... Dann sollten wir auch für drei wieder bauen, ne? Würde ich sagen. Ja. Ähm... Wir müssen aber den... Hier den Dings erweitern, ne? Wer ist der? Ja, wir haben gesagt, wir wollen ähm... Konstruktor. Das heißt vier Konstruktoren. Also zwei pro Linie. Also dasselbe Spiel wie immer. Ja, nur dass wir davor wieder eine Schmelzerei haben, was wir bei Stein, also bei Werkstein nicht hatten. Oh Gott, das heißt wir brauchen wieder viel Platz. Aber sonst ist es identisch. Das heißt jetzt brauchen wir erst recht wieder viel Platz. Shit. Ja, nur in die Länge, ne? Also in die Tiefe jetzt. Ja. Vor allem müssen wir uns überlegen, wie kriegen wir das hier rein. Wir haben ja... Ne, warte mal. Wir haben ja jetzt nur zwei... Weiß, das ist ein bisschen blöd. Wir hätten das auf der anderen Seite machen müssen, ne? Ja, warte mal. Ich muss ja nur letztendlich hier hinten nochmal eins übergehen, ne? Oder wir erweitern auf der anderen Seite. Ne, geht nicht. Ähm... Hm... Was ist, wenn wir hier... Wollen wir mit zwei oder mit drei rein? Drei. 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 Also entweder wir gehen woanders rein. Ja, wir können hier oben... Das ist die Seite noch umbohren, dass wir hier oben noch mit drei reingehen. Würde ich eher sagen. Dann müssen wir das hier noch umrüsten. Da ist die komplette Fördermannanlage plus Wand, die muss jetzt nochmal da raus. Ich reiß ab. Du sitzt schon? Ja, kann ich machen. Ja, kann ich machen. Das und das. Soll ich auch nochmal zwei in die Höhe... Nein, zwei sagte ich. So, ähm... Was sagt denn so unser Kalksteinlager? Haben wir genügend? Sehe ich jetzt durch. Und... Ich bin oben. Reichstein! Ich nehme mal einfach aus irgendeinem Lager raus, ne? Naja. Ja. Ja, läuft auf jeden Fall schön. Produktion. Sehr gut. Ich frage mich nur echt, warum... Irgendwie ist das ein bisschen blöd. Ach, hier kommt auch schon die dritte Ladung rein, langsam. Ich komme mal hoch, ich schaue es mal an. Ich bin schon unbezogen. Ja. Oh ja, da kommt er gerade hin. Ja. So, auf dem Träger sind die nächsten drei. Und die nächsten drei haben wir hier auf dem. Sieht halt echt komisch aus. Die zwei anderen sind parallel immer mit Lücken, ne? Ja, keine Ahnung warum. Vielleicht müssen wir dann nachher nochmal neu anschließen oder so. Oder den Bohr nochmal neu starten. So. Ähm... Förderwender kannst du schon verbinden, ne? Mach ich. Ist schon alles soweit, okay. Ich muss nur eine Fördermannanlage gerade auch noch provisorisch anschließen. Ja. Du musst ja jetzt da, wo der LKW ursprünglich war, eine Fördermannanlage hin, ne? Genau. So. Frag mich, ob das geht, ob ich die jetzt hier aus dem Zwischenlager direkt rausführen kann. Das wäre schön. Okay, so rum geht das schon mal nicht. Das auch mal abreißen, ne? Das müsste das hier der Ausgang sein. Ja, egal. Das funktioniert. Würde ich sagen, beginnen wir jetzt einfach bei Kupfer andersrum, oder? Ähm... Dann können die Förderwender schon voll laufen, oder? Ähm... Wie meinst du? Wir beginnen einfach damit, ähm, von der Mine an. So aufzubauen. Ähm... Läuft gerade. Naja, aber schließen die hier dann schon an. So, ich hab jetzt hier die Förderwender verbunden. Hier müsste abgerissen werden, dann könnten wir schon eins verbinden. Kann ich das noch aufsammeln, oder? Ich weiß es gar nicht. Hast du es schon aufgesammelt, oder sonst? Keine Ahnung. Nein. Ne, ist kein Koffer da, also... Oder... Wie ist der? Du musst es aufgesammelt haben. Theoretisch. Ich hab keine Platten mehr, musst du machen. Ja. Ich bin immer unzufrieden, äh, jetzt hiermit, weil hier ist so eine schrägere, ne? Ich hab's einfach hier nochmal anders. Ähm... So... 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 Dann die 5. Das ist hier anschließend auch. So, die Fördermannanlage läuft schonmal. Ähm... Können wir die andere auch anschließen, bzw. den Miner müssen wir drehen, ne? Ja, wir müssen hier mal kurz was ändern, warte mal. Die Oberkiste ist nämlich voll, das ist das Problem. Ähm... Beide voll? Ja... Ne, die Oberkiste... Okay, warte. Ich muss hier ein bisschen was Material loswerden. Wo haben wir nochmal? Uns... Da hinten. Ähm... Da kann ich nichts mit reinschmeißen. Da kann ich auch nichts mit reinschmeißen. Scheiße. Kannst du mal hier einfach mal hingehen und, ähm... Dein... Das obere Lager... So viel wie du kannst Leerraum und unten mal befüllen. Jo, mach ich. Einfach nur, dass unten die Produktion geblockt ist. Ich hab zwar gar keinen Platz, aber ja. Ja gut, ich hab auch nicht wirklich viel. Ähm... Warte, ich helfe dir. Kann ich denn mein Inventar jetzt entleeren? Moment. Hier in das Lager gerade, oder? Ne, jetzt auch. Hier. So. Es sind nur noch 100. Circa. So 90. Ne. Ich hab Krämer nur mal grad geschrieben. Nicht, dass der da ganz Zeit versauert. Ja, okay. Äh... Das sollte jetzt in welches... Nur das untere. Dass das untere erstmal stehen bleibt, dass das obere leer laufen kann. Dann können wir das nämlich hoffentlich ohne Probleme nachher abbauen. Ja. Ist das eine Pistole? Ja. Die geht zum Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach Ja oder Nein. Äh... Ja. Achso, darfst du ruhen doch. So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Komm. Die Achterwanne geht so ab. Ich denke sie mit der Gänse. Ja, da war da. Ähm... Du willst so keine Leidenschaft. Nein. Nein. Lass mich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist... Ach. Ehh... clicked bara Malen. Oh mein Gott. Vielen Dank.